Ich habe dich vermisst, John. Hast du deinem Bruder schon von uns erzählt? Nein. Später. Wenn es ruhiger geworden ist, wird er es verstehen. Aber jetzt nicht. Die Franzosen bereiten einen Kampf gegen die Briten vor. Dein Volk wird zwischen die Fronten geraten. Was sollen wir tun? Besser ein Bündnis mit den Franzosen als mit diesem Warwick. Den Franzosen ist nicht zu trauen. Wir können niemandem mehr trauen. Der Morgen graut. Lass uns zu den Franzosen gehen. Nehmt die Männer und drängt die Briten zurück über den Fluss. Und zuerst die Bullshit kann ich mir da machen. Und dann tun wir das mal. Danke. Ich bin ein Bündnis. Ich bin ein Bündnis. Ich bin ein Bündnis. Merci. Danke für eure Hilfe. Unterstützt uns in diesem Grenzkrieg gegen die Briten. Um die Briten zu besiegen, müssen wir alle Forts auf ihrer Seite des Flusses zerstören. Kurirur de Boys. Alles klar. Warte, ihr bescheuert. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. ... ... ... ... ... ... ... ... Woll! Amontament? Ready! I wall! Yes! Wicht! What is your right? I'm going now. Wieso galt mir dieses hier oben nicht? Hayan? Ah, ich habe noch was. Okay. Was ist das? Ich habe ihn mit. Richtig, was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Ich bin ein Fan. Yes? Ja. Richt. Chuck! Halt! 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 Ja! Ich will! Ja! 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 Forster! Wir haben keinen Marktplatz, oder wie sieht's aus gerade? Ah ja, kein Problem. Dann machen wir uns ein. Ready? Gericht? Kein! Komm her! Ich mach's! Komm her! Komm her! Halt! Forster! Heil! Aber das brauchen wir ja nicht. Na ja, holen sie ja grad eh nix von Tieren. Aber wir können hier mal durchvögeln, mal so ein bisschen. Zumindest die Türme hier wegkriegen. Zumindest die Türme hier wegkriegen. Eben! Gatul- Nack. Trenner. 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 Gatul- Ja! Gatul- Ahtar! Eben! Trenner. Ich werde es machen. Kommandament! Ich werde es machen. Ich werde es machen. Ich werde es machen. Ich werde es machen. Kommandament. Oh, die tun auch alles hin da rein zu kommen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Dann kommen wir weiter rein. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Lass uns mal zerstören. Lass uns mal zerstören. Wir sind bereit. Hallo. Herr, lass es! Wir haben es geschaffen! Ach, Schuss hin, okay. Direkt die Command-Zentrale war ja nicht so sicher geschützt. Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da! Eine weiße Fahne! Seid ihr John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Erokesen-Freunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann, fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Er ist nach Westen gegangen, zum Huron-See, mit einer Handvoll Verräter. Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nonaki sollte hierbleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Huren-See? Hat er Huren-See gesagt? Okay, let's go. Auf zum Huren-See.